Hoi Aniesa, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, ein Heizstrahl, weil du ja immer so früh bist im Büro und ich dachte im Homeoffice wahrscheinlich auch. Aber, Chiara! Was ist denn? Das ist doch der für das Gewinnspiel. Oh. Ja, aber das hättest du eh vorbereiten sollen. Genau. Hättest du schon bereit? Das fand ich bereit. Super, sehr gut. Dann ziehst du gerade den Gewinner. Und ich bedanke mich fürs Teilnehmen. Und wir entschuldigen uns auch, dass es so lange gedauert hat, bis das Video online kam. Wir haben leider ein wenig Bezug auf die Covid-19. Genau. Und der Gewinner ist der... Ruedi Bolliger. Wir gratulieren dir ganz herzlich. Und ich würde sagen, du wirst schon mal das nächste Gewinnspiel vorbereiten und ich verschicke den Heizstrahl. Ah, du bist ja schon dran. Genau. Sehr gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.